So liebe Modellbahnfreunde, jetzt möchten wir die Neuheiten von Fiesmann vorstellen. An meiner Seite ist Matthias Fiesmann, wie gewohnt jedes Jahr immer wieder. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen Herr Prudich. Wir möchten ja Fiesmann sozusagen erstmal ein bisschen ehren, weil es stehen 30 Jahre Fiesmann auf dem Programm. Es fehlen glaube ich noch zwei Tage dazwischen, aber wenn es geht, macht man schon vorfristig ein paar Glückwünsche für 30 Jahre Fiesmann. Vielen Dank. Mein Vater hat 1988 das Unternehmen gegründet. Es ging los mit ein paar kleinen Lämpchen, danach dann die Oberleitung, die Formsignale und im Laufe der Jahre sind wirklich sehr, sehr viele Produkte dazugekommen. Mit Vollmer und Kipri haben wir zwei Unternehmen dazugenommen und auch mittlerweile nach 30 Jahren eine beachtliche Produktpalette, die wir jedes Jahr ums Neue erweitern wollen. Und deswegen sind wir gespannt, was dieses Jahr an erweiterter Produktpalette kommt. Auf meinem Spickzettel steht, bewegt das Rolltor für moderne Lagerhalle. Ja, richtig. Wir haben im letzten Jahr die Logistikhalle bei Kipri vorgestellt und es gab schon früher den Wunsch von Kunden, dass mal ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Und wir stehen hier für Bewegung, für Dynamik und es ist dann so, dass unsere Idee, unser Anspruch der war, das Rolltor in Bewegung zu bringen. Ein Fahrzeug fährt rein, fährt raus, auch geeignet für das Fallerkarsystem, kann man damit dann super kombinieren. Und wir haben dann natürlich unsere Logistikhalle genommen und da als erstes dann versucht, das Rolltor in Bewegung zu bringen. Und das ist ganz gut gelungen. Nach getaner Arbeit, also wenn die Logistiker, wenn wir jetzt mal reden sollen, müssen die auch was essen. Und dann habt ihr wieder was ganz Besonderes. Vorher war es der Luther, der die Thesen an die Tür nagelt. Jetzt ist es ein Ochsengrill. Ja, richtig. Schon fast in Anlehnung an das Oktoberfest. Und ein Ochsen zu grillen, das ist eine große Aufgabe. Da werden auch sehr viele Menschen von satt. Und wir haben das untermalt mit einem bisschen flammenden Feuer. Das wird simuliert. Und ich denke, das ist ein Produkt, das man auch vielseitig einsetzen kann, wenn man irgendwo eine Kirmes hat oder einen Marktplatz hat, wo halt eben kein Hähnchen gegrillt wird, sondern irgendwas, was wirklich ins Auge fällt und eine Ochse auf der Anlage ist. Auch was Neues, glaube ich, für die Kunden. Alles, was Männer mögen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Stammprodukten. Oder sagen wir mal zu den eigentlichen, was man ja macht. Ihr baut ja auch Signale und den Hennen. Und da gibt es da was Neues. Richtig. Wir sind gestern erst wieder ausgezeichnet worden, auch in Verbindung mit Rocco Fleischmann. Great Wunsch. Vielen Dank für unsere Formsignale. Und wir haben letztes Jahr bereits die Formsignale in H0 mit der neuen Antriebsgeneration vorgestellt. Und für die N-Bahner dieses Jahr selbstverständlich, auch wegen dem geringen Bauraum, für Leute, die einen Schattenbahnhof betreiben, sind diese Formsignale mit dem neuen Antrieb in Spur N jetzt erstmal für die einflügeligen und zweiflügeligen Signale erhältlich. Ich glaube, da werden sich die N-Bahner sehr freuen drüber, dass da auch wieder etwas Neues und vor allem etwas Filigraneres zu bekommen ist. Ja, ein sehr, sehr wartungsarmer und zuverlässiger Antrieb. Dann gibt es was Neues vom Robel. Nämlich was? Ja, wir haben letztes Jahr schon den Robel vorgestellt. Das war die Sensation mit dem bewegten Kran. Und jetzt für unsere österreichischen und Schweizer Kunden die Varianten in BLS und ÖBB. Selbstverständlich als Exklusivserie, so dass Sie nicht lange zögern sollten. Greifen Sie zu, solange noch Bestellungen angenommen werden. Ich würde gerade sagen, der Vorrat reicht. Nein, aber wenn es eine Exklusivserie ist, ist ja klar, dann gibt es eine begrenzte Stückzahl davon. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Modellbahner da zugreifen werden. Kommen wir jetzt zu Ihrer Marke Kibri. Ein Kiosk beleuchtet. Ja, das Kiosk ist ein sehr modernes Gebäude aus der Epoche 5. Und das Kiosk ist mit Inneneinrichtungen ausgestattet. Die Beleuchtung entspricht dem der Busbahnhof Halle, den wir übrigens hier diesmal präsentieren. Und zwar nicht aus 3D-gedruckten Teilen, sondern schon mit den Serienteilen. Da wollen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Sehr gut. Und das Kiosk ist quasi eine Veränderung der Wartehalle. Da haben wir ein paar farblich was geändert und es ist dann ein ganz schönes, modernes Modell geworden. Das Gleiche mit der Aral-Tankstelle. Da fiel mir doch immer gleich dieser Song ein. Ein Wocken mit der, oh, wir haben sie gerade im Hintergrund drauf, die Tankstelle, die wunderbare. Also würde ich sagen, sehr gelungen. Richtig. Wir haben hier einmal Unterschieden zwischen warmer Beleuchtung für den Innenraum, kalt-weiße Beleuchtung für den Werkraum. Dann ist das Aral-Schild beleuchtet. Man sieht es vom Weiten. Es wirkt gerade im Dunkeln sehr schön. Und auch die Zapfsäulen werden nochmal angestrahlt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr erleuchtender Wasser. Als letztes von Kribi wollen wir Ihnen vorstellen, den Niederbordwagen, gibt es auch was Neues? Ja, wir haben ja immer mehr Gleisbaufahrzeuge und wir wollten halt eben passend zu den Gleisbaufahrzeugen jetzt zu einem relativ günstigen Preis einen Niederbordwagen mit Metallachsen, mit Kupplungen, den man sich aber selber zusammenbauen kann mit Rungen. Wenn man ihn zusätzlich mit Rungen kann, kann man auch als Rungenwagen verwenden, in Gelb und in Braun als Bausatz für die Bahner, die halt eben noch was daran verändern möchten zum Beispiel. Denke ich, wird auch ein sehr gutes Teil sein, was also als Ergänzung wahrscheinlich auch sehr gern genommen wird. Denke ich auch. Wir haben Vollmer jetzt im Programm, Asphalt- und Kopfsteinpflaster. Richtig. Mit dem Steinkunstprogramm sind wir ja in 2015 gestartet, nachdem wir Vollmer übernommen haben und wir verfolgen das konsequent weiter. Also es gibt jedes Jahr irgendwas Neues. Erfolgreich waren wir mit den Kopfsteinpflasterstraßen. Die Straßen gibt es jetzt auch als gegenläufige Kurven, aber auch einen Platz für Leute, die zum Beispiel einen Marktplatz ausstatten wollen, also eine größere Fläche ausstatten wollen mit dem Material. Und hier werden sie nicht rundbogen verlegt, also römisch, sondern sind einfach gerade. Und sie können auch mehrere Platten aneinanderlegen beziehungsweise die Platten so abschneiden, wie sie es brauchen für ihre Platzgröße. Also ich denke, ein sehr nützliches Zubehör. Dann habe ich was gelesen über eine Polygonalplatte. Was ist denn das? Ja, Polygonalplatte hört sich komplizierter an, wie es ist. Letztendlich ist es so eine Art Sandstein, Naturmaterial und wird ganz oft in mediterranen Gefilden eingesetzt. Hat aber auch in Deutschland immer mehr Freunde gefunden, die halt eben sagen, sie möchten ihre Terrasse etwas mediterran gestalten, sie möchten ihren Vorhof mediterran gestalten. Und wir können auch hier mit der Vollmer Steinkunst die Fugen nachbilden. Das heißt, wir nutzen zwei verschiedene Farben, um diese Steinkunstplatte herzustellen. Und es ist halt eben was, was man auch von Weitem schon sieht und ins Auge fällt. Wie weit ist es denn überhaupt mit der Steinkunst? Ist das Produkt einigermaßen im Markt aufgegangen? Ja, es ist ein Prozess, der über mehrere Jahre anhält. Wir, wie gesagt, verfolgen das konsequent, machen auch konsequent Werbung dafür. Und es ist das, was ich in den letzten Jahren schon gesagt habe, Sie müssen es einmal mal anfassen. Sie müssen es fühlen. Sie sehen, es hat nicht dieses Trockene von Pappe, es hat nicht das feste Steife von Plastik, sondern es ist wirklich was, was sich super gut verarbeiten lässt. Man kann damit die unterschiedlichsten Wölbungen und so weiter ausgleichen, Huppelstraßen, man kann es nachbearbeiten mit einem Heißluftfön. Es ist ein sehr, sehr flexibles Material. Und es wirkt halt eben dadurch, dass es aus einem Sedimentverbundwerkstoff ist, wirklich sehr, sehr echt. Liebe Modellbahnfreunde, wer jetzt also mit der Steinkunst noch nicht so richtig was anzufangen weiß, soll es ja auch noch geben. Auf der Webseite von Fiesmann gibt es ein Video dazu, dann kann man sich das alles noch mal wunderbar anschauen. Das alles, was Matthias Fiesmann jetzt Ihnen so oder uns so theoretisch noch mal erzählt hat. Es gibt noch die letzte Neuheit. Das Kriegerdenkmal Murk ist auch auf einem Steinkunstsockel aufgebaut. Das Kriegerdenkmal in Murk hat eine sehr, sehr interessante Geschichte, sehr, sehr umstrittenes Denkmal. Wir haben unseren Ingenieuren der freien Lauf gelassen. Sie haben sich das Motiv selbst ausgewählt. Und ich denke, es ist ein sehr interessantes Kriegerdenkmal, welches durchaus auf der Anlage seinen Platz findet, aber auch für Liebhaber interessant sein könnte. Jetzt komme ich noch mal zu dem Busbahnhof Halle zu sprechen. Denn wie gesagt, er ist ja schon seit ein, zwei Jahren immer im Gespräch gewesen. Es gab immer Einzelteile. Jetzt sehen wir ihn hinter uns in der Vitrine. Was gibt es dazu Neues? Also wir sind jetzt beim Busbahnhof Halle in dem Stadium, dass man sagen kann, Vorserie. Wir bauen gerade die Schablonen zur Fertigung. Es ist ein teilmontierter Bausatz. Das heißt, es wird einige Teile geben, die wir dem Kunden nicht zumuten möchten, die wir vorab im Werk montieren werden. Und wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt mit den Serienteilen die letzten Feinheiten noch machen und es 2018 wirklich zur Auslieferung von dem Busbahnhof kommt. Ist jetzt schon in der Vorserie, wenn man sich das anschaut, wirklich ein ganz imposantes Modell. Hier hinter uns in der Vitrine, liebe Zuschauer, Sie sehen es gerade. Lieber Matthias Wiesmann, das war es eigentlich schon, was wir uns ausgepickt haben. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken bei Wiesmann. Also Sie können auch auf die Seiten, auf die Webseiten von Wiesmann mal durchklicken. Da kann man sich die Neuheiten, die wir jetzt nicht vorgestellt haben, ebenfalls noch anschauen. Das war das Wichtigste. Vielen Dank, lieber Matthias Wiesmann. Viel Spaß noch auf der Messe. Und viel Spaß noch mit den anderen Firmen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder. Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.